Ja und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, was effekt dann doch mal da Multiplayer mit dem Start der Rojo. Hallöchen. So, wir warten jetzt mindestens schon 20 Minuten, immer noch, und es kommt halt, also wir sind immer noch in der selben Aufnahmesession, es kommt halt keiner rein. Wir vermuten mal, dass durch das Update da jetzt irgendwie etwas verschlimmbessert wurde, sodass man irgendwie die Leute nicht mehr schreibt. Weil ihr seht ja hier, Spielersore ist ja auch öffentlich, in der letzten Folge hatten wir es auf Privat gestellt, wir lassen das jetzt öffentlich, aber es ist wieder Silber eingestellt, das schaffen wir definitiv nicht zu zweit. Ihr habt ja gesehen, wir hatten ja schon bei Bronze dann zu tun, nur zu zweit, deswegen stellen wir jetzt hier auf Bronze um, lassen alles auf, wäre Zufall, aber halt Gesetzlose drin. Weil die kommen irgendwie zu selten. Nicht warum? Irgendwie schon. Also jedes Mal, wenn wir, wenn wir irgendwie was spielen, ist immer, hier so, die anderen, die reden. Ich werde vielleicht nochmal Munition einpacken. Ja, musst du wissen. Ich habe schon, also ich bin fertig. Ich nehme Kryo-Muni. Ich kann ja, zack. Ich warte jetzt nur auf dich. Kryo-Muni 3 müsste reichen. Kobras habe ich auch voll, da habe ich noch 8 Stück. Passt. Wiederbelebungspacks habe ich nur noch 12 Stück. Insgesamt. Na, da muss ich dann doch mal wieder shoppen gehen, demnächst. Auf sie wird gewartet, drücken sie Enter. Ich will doch niemanden Enter. Ich habe Enter gedrückt, ich habe mich getraut. Du hast auf der Enter gedrückt. Ja, auf der Enter. Hast du es nicht quietschen noch? Nee. Mein Quietsch-Engine? Nee. Gibst du das gleich? Ach, klar. Deswegen konntest du es nicht quietschen. Nein. 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 Das hört sich immer so komisch an. Nein. Das hört sich immer so komisch an. So, äh, mh. Hier hat der Gang. Das liegt ja daran, weil ich gerade noch, äh, äh, hochleute. Ah, noch. Sie wissen, wie es läuft. Halten Sie diese Position und neutralisieren Sie sämtliche Gegner. Da mal los. Ah, da mal los. Es geht schneller, wenn ihr euch gleich ergiebt. Oh. Da ist hin. Gegner, piep einmal. Piep, piep. Piep, piep. Was machst denn du hier oben? Äh, snipen. Kannst du doch gar nicht. Boah. Ich ziehe raus aus der Schussweite. Drei Gegner stehen noch. Der ist vom Haus runtergefallen. Okay ich hab sie sehen. Geil. Muss aber noch einer sein. Jajaja. Da ist ja die Sau. So. So muss das. Gute Arbeit Team. Muni hol. Joa bin ich dabei. Räumt sie den Bereich. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hallöchen. Alles versteckt. Autsch. Bist du euch aber nicht hier unten? Kommst du klar? Warst du hier unten? Warst du nicht grad nach oben? Joa irgendwie hat sie mich da was zu wissen. Oh geil der flog. Der flog. Ja. Jodic Combo Kill. Ähm. Hey jetzt. Die ist ausgeschein. Ich habe meine Schäde verloren. Der hat auf mich geschossen. Das tat weh. der hält die fris der will dich nicht mehr gehen lassen oder die richtige da war das oben auf dem dach der da hinten der da hinten hat jetzt 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 ist läuft er hier so genau der der da jetzt gestolpert ist ja ja also bello das gewissen das nenne ich mal eine überzeugende leistung halten sie sich bereit ganz ehrlich eigentlich hält man ja bronze für aber wenn du es zu zweit machst das ist echt heftig ja ist doch was anderes ich markiere den ersten von dort auf ihrem hart hat nicht auf mich geschossen und der gegner würde ich mein ich habe ihr artefakt ich bin jetzt auf einem larmarsch ich mich mit dem ding auf den grüppel wo bist du du da hinten was machst du da hinten der artefakt wurde geborgen au au arsch das ist zu weh was denn ich hole es an der artefakt das ist genau oben da wo ich gerade war oder wie es hänge fester das gibt es noch nicht ich hab's ich bin am nächsten dran ich bin gleich tot o und es geht weiter durchhalten au wir haben das objekt erhalten Oh, jetzt müssen wir noch ein Witter dahin Wo ist denn das Ding? Dahin, ja, 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 ja Ich hab's Geil, wie, oh die Combo-Kill Meine Schäden sind ausgefallen! Sämtliche Objekte wurden sichergestellt! Einsatzziel erreicht! Oh, Hund! Oh, hängst du ab und zu dran, Biotik zu verwenden, oder? Ja, wenn du noch alles cooldown hat, ja Hat leider noch alles cooldown Okay, die Scheibe ist schon mal hin Wo ist es mit der Scheibe? Die Scheibe ist jetzt auch hin, wunderbar Schnellere Fluchtmöglichkeit Ah, Mann Genk November ist schon wieder da Sagt bloß, der war die ganze Zeit hier hinten Ja Ja Vorsicht, Feindkontakt steht unmittelbar bevor Oh, oh Ja, ja Vorsicht, Feindkontakt steht unmittelbar bevor Wir ziehen noch mal was Neues Dann Ab ist doch Autsch Oh, pass auf, Gegner können Wie ist damit? Echt? Autsch Berserker Schon? Berserker Ja Schon? Entschuldigung Entschuldigung Jetzt hört er mal auf, gut Bringt sie ins Arm auf der Schussweife Die Schnauermann Die Schnauermann Die Schnauermann Die Schnauermann Oh Oh Boah Ich hab kaum noch Muni. Zum Glück fügt es in die Kiste. Jetzt nur einer. Ach, da hinten. Wo? Ganz hinten. Ernsthaft? Das hat er doch mit Absicht gemacht. Ja, ja, ja. Ein Zuschlagnehmer hilft an Biotik. Wir sind immer noch zu zweit hier drinnen, ne? Und es ist immer noch öffentlich und keiner kommt. Ja, ja, ja. Das muss an den Abdecken liegen. Bin ich mir sicher. Oh, Hund. Jetzt hört er mal auf. Hund, 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 Hund. Boah. Oh. Oh, shit. Oh, nein. Ich muss mal kurz bei Windchen drehen. Ich brauche Munition. Kannst du mir irgendwie einen Arsch frei halten? Ich mache gerade die Hydra. Schön. Hydra sind. Ich aber auch gleich. Wo bist du da oben noch? Ja, natürlich. Ja, warte, warte, warte. Ich bin da da. Ich bin da. Du für ein Kamerottenschwein. Au, ich lege neben dir. Schön, ja. Kannst mich wieder überleben, gleich, sofort. Gut. Schön. Jetzt hau ab. Was ist das Kamerottenschwein? Bin ich da alleine oben? Na, wieso? Ja, so ein Arsch öffnen. Ich wusste, sonst wäre ich oben schon lange tot. Na, nicht, dass du sagst, das ist da irgendwie, ne? Ah, ah. Ich muss mal hier verschwinden. Oh, Mann, ey. Ach, das ist doch... Heulen. Ich werde mich wiederbeleben. So, fertig. Oh, Sniper oben auf dem Dach. Ich werde mich wiederbeleben. Jetzt liege ich. Oh, warte, ich warte, ich komme. Also nochmal, wenn ich mich jetzt nicht wiederbeleben kann. Ah, warte. Ich habe nochmal eins. Wo bist du denn da? Machst du es bald. Ja. Danke für die letzte. Nur noch drei. Schalten Sie sie aus. Boah, Leute. Ja, irgendwie. Holen wir uns den letzten. Warte mal. Im Moment ist alles sicher. Ah, okay. Gut gemacht. Biotik. 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 So. Hab ich. Ach du Scheiße. Welle 6 und Upload. Das kann was werden. Hoffentlich nur ein Punkt. Nein. Wohin? Ah. Ah. Das haben wir eh gleich. Bestätige. Also im Notfall, Cobra. Notfall. Notfall. Ich lieg. Oh, ich lieg auch. Oh. Na mach. Oh. Oh, ich hab die Ko... Hab ich den Kooper noch geschossen, ne? Geh ich. Ich hab nämlich auch Krott Parotte und wollte Krott drauf schießen. Okay, ich klipp da trotzdem los. Oh, Mann, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, Hitler war auch einer. Jetzt lieg ich. Ich kann mich auch nicht mal wiederbeleben. Oh. Shit, shit. Ich, ich, ich lieg auch gleich. Ich lieg. Oh, war der Vital Monitore? Zeig deine Flatline. Danke für die Rette! Oh, Alter! Ich lieg schon wieder. Das war's. Hey. Wir kommen schon! Oh, ich lieg auch. Ähhh. Das war's. Ich kann mich nicht mehr wiederbeleben. Ich auch nicht. Oh, Leute. Das war wohl ne kurze Folge Wir haben es ja eigentlich ja fast geschafft Wir waren ja schon Welle 6 Aber zu zweit dann so viele Punkte Versuchen einzunehmen Die kommen ja von allen Seiten Ist halt scheiße Jetzt durch das Update Ja Das Arbeitsteam wurde aufgerieben Hören wir mal Dass jetzt vielleicht Morgen oder so nochmal schnell Ein Bugfix da kommt Dass dann wieder Leute joinen können Aber so ist es unschaffbar Aber naja Wir haben es nicht geschafft Mit Bronze Du kommst gerade abgehackt drüber Echt? Ja Du hast ne schwache Leitung Ne Ich glaube ne stärker heißt du Ja Was Ich verbleibend 191 Die Leis ist doch schon voll Mensch So liebe Leute Das war so gut Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Kommentar Daumen oder Aumen Alles Wir bedanken unseres Zusehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Ciao